hallo zu diesem video heute sehen wir uns gemeinsam an wie du zahlen in excel ganz einfach in worten ausgeben kannst oft müssen wir ja zahlen in texten aufnehmen und es kann schwierig sein sie manuell umzuwandeln aber keine sorge mit dem vorgestellten excel makro kannst du das einfach automatisieren wie gesagt mit diesem excel makro kannst du jede zahl in der schriftlichen form umwandeln was ist damit gemeint damit ist gemeint wenn ich als zahl beispielsweise 1000 eingebe dass ich dann automatisiert 1000 als text erhalte das bedeutet du musst nur die zahl eingeben und das makro übernimmt den rest es ist einfach schnell und genau so musst du nie wieder zeit damit verschwenden zahlen manuell in worte zu schreiben probieren wir das jetzt aus und sparen uns zeit bei der nächsten excel aufgabe das wirst du definitiv nicht bereuen und zwar gebe ich nun anstatt den text das excel makro ein und zwar nennt sich das zahlen als text diese funktion benötigt nur nur ein eingabe parameter und zwar entsprechend die zelle b4 in diesem fall wo unsere zahl 1000 sich befindet schließe diese klammer und bestätige mit ok und erhalte nun als text 1000 ich kann das beliebig dann anpassen auf 200 5000 5000 und so weiter und so fort ihr findet sozusagen diese excel arbeitsmappe unter diesem video für eure verfügung und probiert das aus und spart euch eine menge zeit bei der täglichen arbeit mit excel und bitte nicht vergessen diesen kanal kostenlos abonieren damit ich noch mehr videos anbieten kann und bedanke mich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen vielen dank und freue mich auf einen weiteres video mit euch